2b. Praxisvideo, fortgeschrittenes Pranayama, Kundalini-Yoga, drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung mit drei Bandhas und Surya-Beda von www.yoga-vidya.de Sitze ruhig und gerade. Wir singen dreimal gemeinsam Om. 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 Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Nama. Om. Sitz ruhig und gerade. Brustkorb nach vorne gewölbt. Schulter nach hinten und unten. Augen geschlossen, sanftes Lächeln. Atme sehr tief vollständig aus. Atme sehr tief vollständig ein. Atme sehr tief vollständig aus durch die Nase. Atme ein, Bauch hinaus und beginne mit einer langsamen Runde Kapalabhati. Beginne. Anzei, 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 Anzei. Anzei, 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 Anzei. Anzei, Anzei, Anzei. Atme vollständig ausgeatmet. Über Agni Sara, Bauch vor und zurück, leere Lungen. Wenn du bereit gibst, gib den Bauch nach vorne. Atme sehr tief vollständig ein. Oder wenn du willst, halt gleich die Luft an oder atme nochmals vollständig aus. dann atme bequem ein, fülle die Lunge zu drei Viertel, halte die Luft an, übe sanftes Mula Bandha, lächle nach oben und stelle dir vor, von oben strömt Licht in dich hinein, durch dich hindurch. Om bho bhavasvaha tatsa viturvarenyam bhargo devasya dhimahi diyo yonaprachodayat. Nächste Runde, atme vollständig aus, atme tief ein, Bauch hinaus, Brust hinaus, vollständig aus, Brustkorb senken, Bauch hinein, einatmen, Bauch hinaus und beginne. Huntsa, 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 huntsa Gesang Hann, 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 Hann Auch vor und zurück, wieder und wieder. Aktiviere Agni, das innere Feuer. Wenn du bereit bist, atme ein. Halte entweder gleich die Luft an oder atme vollständig ein. Dann atme vollständig aus. Wenn du bereit bist, atme bequem ein. Fülle die Lungen zu drei Viertel oder etwas mehr. Und halte dann die Luft an. Sanftes Mula Vanda, lächle nach oben. Stelle dir Licht von oben in dich hineinströmen. Verstärke Mula Vanda und stelle dir vor, Energie strömt jetzt die Wirbelsäule nach oben. Vielleicht auch ein Lichtstrahl nach oben. Halte die Beckenbodenmuskeln angespannt. Und ziehe die Energie nach oben. O-Mai-Mrim-Klim-Chamon-Daye-Vitche-Namaha Noch eine Runde. Atme vollständig aus. Atme vollständig ein. Dann wieder vollständig aus. Einatmen Bauch hinaus. Und beginne. Hün, 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 Hün . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 HAN, 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 H Udi heißt nach oben, Yana heißt Reise nach oben. Wann immer du bereit bist, atme ein, fülle die Lungen zu drei Viertel und halte die Luft an, oder fülle vollständig, atme dann wieder vollständig aus und dann wieder ein und halte dann die Luft an. Übe wieder Mola Banda, Zungenspitze nach oben, Lippen geschlossen, lächle nach oben und konzentriere dich auf Agnya und Sahasrara Chakra, Stirn und Scheitel, Spüre Kapala Bhati, strahlender Schädel, scheinender Kopf. Wenn du kannst, halte weiter, ansonsten atme sanft und spüre weiter Stirn und Scheitel gegen Agnya und Sahasrara Chakra. Dann werden wir gleich zur Wechselatmung kommen. Anuloma Viloma, Nadi Shodhana. Wenn du bequem sitzt, bleibe ruhig sitzen oder strecke die Beine nochmals aus. Du wirst die Wechselatmung üben, zusammen mit der vollständigen Yoga-Atmung, den drei Bandhas und du achtest darauf, dass die Fingerspitzen an der Mulde sind, oberhalb der Nasenflügel. Du wirst beim Einatmen dich bemüht, die Nasenflügel nach außen zu drücken und dabei sanften Ucchai-Klang zu üben. Sitze also ganz gerade, gib die rechte Hand in Vishnu Mudra, atme vollständig aus, schließe das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen, atme links tief vollständig ein, Bauch hinaus, Brust hinaus, halte die Luft an, schließe die Nasenlöcher mit Daumen und Ringfinger, mache Jalandhara Bandha, Mula und Udhyana Bandha. Brustkorb gewölbt, Schulterblätter nach hinten und unten, Zungenoberseite am Gaumen, Kehle leicht zusammengezogen, Beckenbodenmuskeln angespannt, Unterbauch eingezogen. Bandhas lösen, Kopf heben und atme durch das rechte Nasenloch aus, dabei senkt sich der Brustkorb und der Bauch geht hinein. Atme rechts ein, so tief wie du kannst, sanfter Ucchai-Atem, dabei Bauch und Brust hinaus, vollständig eingeatmet, Luft anhalten, alle drei Bandhas gleichzeitig, Mula Bandha, Udhyana Bandha, Jalandhara Bandha mit Kinnverschluss, Zungenverschluss und Kehlverschluss. Schultern entspannt, Wangen entspannt. Bandhas lösen, Kopf heben, atmen, links aus, mit sanftem Ucchai-Klang, Brustkorb senken und Bauch hinein, vollständig Lungen leeren. Links einatmen, so tief wie du kannst, Bauch hinaus, Brust hinaus, Lungen vollständig füllen, dann Luft anhalten, gleichzeitig Beckenboden angespannt, Unterbauch eingezogen, aber Oberschenkelgesäß entspannt, soweit es geht, Brustkorb gewölbt, Schulter nach hinten und unten, Zungen, Oberseite am Gaumen, Bandhas lösen, Kopf heben und atmen durch das rechte Nasenloch vollständig aus. Atme rechts ein, so tief wie du kannst, Bauch hinaus, Brust hinaus, Luft anhalten, über alle drei Bandhas, Mula Bandha, Udhyana Bandha, halte aber Oberschenkelgesäß entspannt, soweit es geht, Jalandhara Bandha, halte dabei Schultern, Kiefergelenke, Augen entspannt, soweit es geht. Bandhas lösen, Kopf heben und atme links aus, Brustkorb senken, Bauch hinein, Lungen vollständig leeren. Links einatmen, vollständig einatmen, dabei Nasenflügel aus, denen sanfter Ucchai-Klang Luft anhalten. Alle drei Bandhas, Mula, Udhyana, Jalandhara Bandha, für Jalandhara Bandha, Brustkorb nach vorne gewölbt, Schulter nach hinten und unten, Zungen, Oberseite am Gaumen, Kehle leicht zusammengezogen, dabei Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Bandhas lösen, Kopf heben, atme rechts aus, Brustkorb senken, Bauch hinein, Lungen vollständig leeren. Rechts einatmen, mit Ucchai, Nasenflügel dehnen, Luft anhalten, alle drei Bandhas. Vergewissere dich, dass du mit den Fingerspitzen der Nasenmulde bist und nicht den Nasenflügel runterdrückst. Mula, Udhyana, Jalandhara Bandha. Bei der nächsten Runde Samanu. Bandhas lösen, Kopf heben und atmen links aus, Brustkorb senken und Bauch hinein. Links einatmen, Jamm, 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 Luft anhalten, alle Bandhas. Wiederhole geistig, Jamm, 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 Jamm und stelle dir vor, Luft bläst vom Herzen her überall hin. Dein Herz wird leicht und der Wind reinigt dein ganzes System. Bandhas lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Jamm, 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 Jamm. Rechts einatmen, Jamm, 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 Luft anhalten, alle drei Bandhas. Und wiederhole geistig, Jamm, 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 Jamm. Ram, 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 Luft anhalten, alle Banders, wiederhole geistig, Ram, Ram, und stelle dir ein Feuer vor im Bauch, Feuer, verbrennt alle Unreinheiten, Feuer, Flammen oder Sonnenstrahlen überall hin. Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Ram, 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 rechts einatmen, Ram, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, und wiederhole geistig, Ram, 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 stelle dir Feuer vor, der Sonnenstrahlen, vom Bauch her, ganze Körper in Flammen. Banders lösen, Kopf heben, links ausatmen, Ram, 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 links einatmen, Tam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, und wiederhole geistig, Tam, 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 und stelle dir vor, von oben strömt Wasser in dich hinein, wie ein Fluss oder ein Wasserfall, durchströmt durchströmt dich. Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Tam, 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 rechts einatmen, Tam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, alle drei Banders, und wiederhole geistig, Tam, Tam, und stelle dir einen Wasserfall vor, der von oben durch dich hindurch plätschert, Tam, 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 und links ausatmen, Tam, 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 links einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, wiederhole geistig, Lam, Lam, und stelle dir vor, du hast Wurzeln, Wurzeln aus der Erde, zum Muladhara Chakra, Erdenergie, strömt von unten nach oben, du wirst wie ein Baum. Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Lam, 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 rechts einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, wiederhole geistig, Lam, Lam, stell dir vor, du bist wie ein Baum, verwurzelt in der Erde, die Wirbelsäule wie ein Stamm, Lam, 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 Banders lösen, Kopf heben, links ausatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle Banders und wiederhole wieder, Lam, Lam, und stelle dir vor, Luft bläst vom Herzen aus überall hin, und dann gibt dir das Gefühl von Weiter und Leichtigkeit, Offenheit und Weiter, Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Lam, 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 rechts einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle Banders, alle Banders, stelle dir vor, Wirbelwind vom Herzen und wiederhole, Lam, 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 Banders lösen, Kopf heben, links ausatmen, Lam, 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 links einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle Banders und wiederhole geistig, Lam, Lam, stelle dir Feuer vor vom Bauch, Feuer gibt dir auch Mut und Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, eben inneres Feuer, Ram, 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 Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Ram, 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 rechts einatmen, Ram, 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 Luft anhalten, alle drei Banders und wiederhole, Ram, 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 und spüre Feuer, Feuer, Verbrennung, Energie, Mut, Willenskraft, Banders lösen, links ausatmen, Ram, 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 links einatmen, Tam, 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 Luft anhalten, und stelle dir Wasser von oben vor, Wasserfall, plätschert durch dich, auch Segen und Gnade, lass es durch dich fließen, aber Vertrauen lasse los, Tam, 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 Banders lösen, Kopf heben, atme rechts aus, Tam, 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 rechts einatmen, Tam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, lass den Wasserfall von Segen und Gnade durch dich strömen, Tam, 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 dann das lösen, Kopf heben, links ausatmen, Tam, 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 links einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, und wiederhole geistig, Lam, 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 und stelle dir vor, du nimmst Erdenergie auf, wie ein Baum, Banders lösen, Kopf heben, rechts ausatmen, Lam, 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 rechts einatmen, Lam, 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 Luft anhalten, alle drei Banders, und wiederhole, Lam, Lam, werde wie ein Baum, gut verwurzelt, ein starker Stamm, Banders lösen, Kopf heben, links ausatmen, Lam, 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 links einatmen, ja, so tief wie du kannst, ziehe die Energie links hinunter, halte die Luft an, mache alle drei Banders, besonders starken Mula Bander, aber auch Jalandhara Bander mit Kinnverschluss, Zungenverschluss, Kehlverschluss, Becken lösen, Kopf heben, und atme rechts aus, dabei Brustkorb senken, Bauch hinein, Lungen ganz leeren, rechts einatmen, rechts einatmen, so tief wie du kannst, Bauch hinaus, Brust hinaus, Lungen füllen, dann die Luft anhalten, alle drei Banders, Mula, Udhyana, Jalandhara Bander, Kinnverschluss, Zungenverschluss, Kehlverschluss, und stelle dir vor, du ziehst die Energie durch, diese Shumna nach oben, Banders lösen, Kopf heben, und atme links aus, Brustkorb senken, Bauch hinein, atme links ein, so tief wie du kannst, Bauch hinaus, Brust hinaus, halte die Luft an, mache alle drei Banders, Mula, Udhyana und Jalandhara Bander, Beckenbodenverschluss, Unterbauchverschluss, Zungenverschluss, Kehlverschluss, Banders lösen, Kopf heben, und rechts ausatmen, Brustkorb senken, und Bauch ganz hinein, atme rechts ein, so tief wie du kannst, Bauch hinaus, Brust hinaus, halte die Luft an, mache alle drei Banders, Mula, Udhyana und Jalandhara Bander, halte dabei Zunge und Kehle entspannt, Banders lösen, Kopf heben, atme links aus, Brustkorb senken, und Bauch hinein, atme links ein, stelle dir vor, du ziehst die Energie links hinunter, zum Muladhara Chakra, halte die Luft an, alle drei Banders, Mula, Udhyana und Jalandhara Bander, besonders stark Mula Bander, und zieh die Energie durch, diese Shumna nach oben, Mumaim Rim Klim, Chamundayai, Vijay, Namaha, Banders lösen, Kopf heben, atme rechts aus, und schicke die Energie rechts nach oben, atme rechts ein, die Energie rechts hinunterziehen, zum Muladhara Chakra, halte die Luft an, alle drei Banders, Mula, Udhyana, Jalandhara Bander, und ziehe bewusst die Energie durch, diese Shumna nach oben, Mumaim Rim Klim, Chamundayai, Vijay, Namaha, Mumaim Rim Klim, Chamundayai, Vijay, Namaha, Banders lösen, und links ausatmen, schicke die Energie links nach oben, atme links ein, ziehe die Energie links hinunter, halte die Luft an, alle drei Banders, ziehe die Energie durch, durch diese Shumna nach oben, Mumaim Rim Klim, Chamundayai, Vijay, Namaha, Mumaim Rim Klim, Chamundayai, Vijay, Namaha, atme rechts aus, und schicke die Energie rechts nach oben, atme rechts ein, ziehe die Energie rechts hinunter, halte die Luft an, alle drei Banders, Mula, Uttjana, und Jalandhara Bandha, und ziehe die Energie durch, diese Shumna nach oben, Mumaim Rim Klim, Mumaim Rim Klim, Mumaim Kamundayai, Jaj, Jaj, Namaha, Jaj, Namaha, Banders lösen, Kopf heben, und schicke die Energie links nach oben, zum Sahasrara Chakra, atme links ein, so tief wie du kannst, Lungen wirklich vollständig füllen, halte die Luft an, alle drei Banders, und stelle dir vor, Licht strömt von oben in dich hinein, Om Bhur Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyambargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonaprachodayat, Banders lösen, atme rechts aus, und schicke die Energie weiter durch dich hindurch, in alle Richtungen, atme rechts ein, Energie von oben in dich hinein, halte die Luft an, alle drei Banders, öffne dich für Lichtenergie und Segen von oben, Om Bhur Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyambargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonaprachodayat, atme links aus, vollständig lehren, atme links ein, atme links ein, so tief wie du kannst, halte die Luft an, alle drei Banders, Lichtsegen von oben, Om Bhur Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyambargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonaprachodayat, und atme rechts aus, vollständig ausatmen, Lungen vollständig lehren, rechts einatmen, so tief wie du kannst, Lungen vollständig füllen, halte die Luft an, alle drei Banders, mit Mula Utyana Jalandhara Bandha, Om Bhur Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyambargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonaprachodayat, mit Banders lösen und links ausatmen, vollständig die Lungen lehren, links einatmen, so tief wie du kannst, Luft anhalten, letzte Runde, alle drei Banders, Konzentration im Unendlichen und Ewigen, wenn du bereit bist, rechts ausatmen, rechts ein, und links ausatmen, senke die Hand, wenn du bereit bist, und atme ein paar Mal tief ein und aus, Atme weiter, ein paar Mal tief ein und aus, dann komme zu Kevala Kumbaka, zwei, drei Minuten, atme ganz sanft ein, und ganz sanft aus, vollkommen entspannt, eventuell setzt doch der Atem fast von selbst aus, oder atme ganz sanft ein und aus, konzentriere dich dabei entweder auf die Stirn, oder die Scheitelgegend, vielleicht siehst du Licht, spürst Freude, oder einfach Stille, Vielen Dank. Vielen Dank. Aum. 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 Shanti. Shanti. Aum. 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 Aum.